Friedrich Wilhelm Marquardt war ein evangelischer Theologe. Leben Nach seinem Kriegsdienst in Polen und Norddeutschland begann Marquardt ein Studium der evangelischen Theologie, zuerst in Marburg, dann Berlin. Nach dem ersten theologischen Examen erfolgten weitere Studien bei Karl Barth in Basel, dann ein Vikariat in Lindau. Ein Promotionsstudium bei Helmut Gollwitzer in Bonn schloss er nicht ab. Stattdessen übernahm er Pfarrer erstellen in Euskirchen und Langenfeld-Emigrat und war dann ab Mai 1957 Studentenpfarrer in Berlin. Seit 1961 arbeitete er in der christlichen Friedenskonferenz mit. 1963 wurde er Assistent bei Gollwitzer in Berlin. Zu dieser Zeit nahm er ein erneutes Promotionsstudium auf, jetzt mit dem Thema Israel bei Karl Barth. Seine Promotion erfolgte 1967 mit der Dissertation »Die Entdeckung des Judentums für die christliche Theologie.« Israel im Denken Karl Barths, für die er 1968 die Bubarosenzweig-Medaille der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit erhielt. Marquards Habilitation ursprünglich an der Kirchlichen Hochschule Berlin wurde zu einem politischen und wissenschaftlichen Skandal. Seine Habilitationsschrift über Karl Barth als Sozialist wurde dort mit knapper Mehrheit abgelehnt, woraufhin Gollwitzer seinen Lehrauftrag an der kirchlichen Hochschule aus Protest niederlegte. Marquardt habilitierte sich dann an der Freien Universität Berlin und wurde dort Professor für systematische Theologie am Institut für evangelische Theologie, wobei er Nachfolger von Gollwitzer war. Seine Habilitationsschrift erschien 1973 unter dem Titel »Theologie und Sozialismus«. Das Beispiel Karl Barth. Seit den 1970er Jahren wurde Marquardt zunehmend als pointierte Stimme im jüdisch-christlichen Dialog bekannt. Seine 1974 erschien eine kurze und provokante Studie »Die Juden im Römerbrief« wurde ein Meilenstein der Diskussion. Werke »Die Bedeutung der biblischen Landverheißungen für die Christen«, »Kaiser, München 1964«, »Die Entdeckung des Judentums für die christliche Theologie«, »Israel im Denken«, »Karl Barth«, »Kaiser, München 1967«, »369«, »Die Juden im Römerbrief«, »Theologischer Verlag«, »Zürich 1971«, »68«, »Sis, ISBN 3-2-90-171078«, »Theologie und Sozialismus«, »Das Beispiel Karl Barth«, »Kaiser, München 1972«, »Dritte um ein Nachwort«, »Erweiterte Auflage 1985«, »422«, »Sisbn 3-459-01-6264«, »Die Juden und ihr Land«, »Siebenstern, Hamburg 1975«, »3«. Auflage Gütersloh Herr Verlagshaus Mohn, Gütersloh 1986 159 S. ISBN 3-579-05189X Verwegenheiten Theologische Stücke aus Berlin, Kaiser, München 1981 523 S. ISBN 3-459-013397 Die Gegenwart des Auferstandenen bei seinem Volk Israel Ein dogmatisches Experiment Kaiser, München 1983 224 S. ISBN 3-459-01484-9 Rudi Dutschke als Christ TVT Medien Verlag Tübingen 1998 49 S. ISBN 3-929128179 Auf einem Schulweg Kleinere christlich-jüdische Lerneinheiten Orient und Okzident Berlin 1999 2 Auflage Orient und Okzident Eichen 2005 310 S. ISBN 978-3-980621618 Gott, Jesus, Geist und Leben Friedrich Wilhelm Marquardt erläutert und entfaltet das Glaubensbekenntnis. TVT Medien Verlag Tübingen 2004 88 S. ISBN 3-929128381 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher Orient und Okzident Bonn 2012 Mit Cheneser frei Talmud lernen Vorträge an der Evangelischen Akademie zu Berlin 1992 bis 2001 Orient und Okzident Bonn 2014 371 S. ISBN 978-3-980621663 Dogmatik von Elend und Heimsuchung der Theologie Polygomena zur Dogmatik Kaiser München 1988 2 Auflage 1992 477 S. ISBN 3-459017406 Das christliche Bekenntnis zu Jesus dem Juden Eine Christologie Kaiser Gütersloh Herr Verlags Hausmon Gütersloh Band 1 Auflage 1993 308 S. ISBN 3-579019228 Band 2 Seite Durchges Auflage 1998 460 S. ISBN 3-579019236 Was dürfen wir hoffen, wenn wir hoffen dürften? Eine Eschatologie Kaiser Gütersloh Herr Verlags Hausmon Gütersloh Band 1-482 S. ISBN 3-579019252 Band 2-415 S. ISBN 3-579019457 Band 3-564 S. ISBN 3-579019465 Ehe, wären wir da eine theologische Utopie? Kaiser Gütersloh Herr Verlags Haus Gütersloh 1997 Und 90 605 S. ISBN 3-579019473 Boha 4-584 S. ISBN 3-57709- convince fox nach vì sorensice Ian Billy To 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 To